Hallo an diesem 1. Januar 2015. Ich darf euch zum, ja, zweiten Teil des The Legend of Zelda Let's Plays begrüßen. Ähm, oder gesagt, zum ersten Teil immer noch, oder eher gesagt, zu The Wind Waker HD. Ist ja ein bisschen her wieder, eine Woche, ähm, dass es weiterging. Und wir waren hier und unser Gamepad ist alle gegangen, währenddessen. Das ist natürlich eine super Nachricht, die haben wir jetzt unten rechts. Erstmal ein bisschen aufblinken, äh, deswegen mach ich einmal kurz einen Cut. Oh je, und jetzt muss ich mich auch noch bewegen. Bewegen, bewegen und das Akku austauschen, denn da ist mein Handy-Akku drin. Und ich hab meine Steckdose hier hinten in der scheiß Ecke drin. Oh. Ein Hallo und ein herzlich Willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker HD im Jahre 2015. Der erste Part, das erste Video, was wir sehen werden, ist auf jeden Fall The Legend of Zelda. Im heutigen Part wollen wir eine Reise nach Norden machen. Wir haben im letzten Part, der etwa vor 10 Tagen kam, ein paar Kartengebiete aufgedeckt, insgesamt 4 Stück, glaube ich, oder 3 Stück nur. Wir haben dabei ein Viertelherzteil noch gefunden und sonstige kleine Sachen, die uns vielleicht ein bisschen noch helfen werden. Im heutigen Part wird es nicht anders laufen. Wir werden auf jeden Fall wieder ein wenig erkunden, in der Hoffnung, irgendwas zu finden. Und da ist ein Zauberer drauf. Was macht der denn da? Oh, das Schiff wurde getroffen. Das Schiff wurde getroffen, das ist aber traurig. Hallo? Etf, was ist denn hier los? Ich brenne! So. Er lacht. Aua, hört auf! Zu weh. Was ist denn das hier? Oh Gott, sie zaubern aber ziemlich stark, ey. So. Wo seid ihr denn? So, der nächste ist tot. Alle sind tot, das ist gut. So, in der Kiste ist eh nix als Rubine drin, wette ich mit euch, aber okay. Wette ich mit euch sogar. Ich kann mir gar nichts anderes vorstellen. Ne, ein Platan, ein Platan, ein Platan Granda Samen, okay. Ist vielleicht etwas besser als das, was ich mir erwartet habe, aber okay. So, weg damit. Da haben wir noch ein Herz drin, das ist gut. Und hier haben wir noch Energie drin. Und es fängt wieder an zu regnen. Lieber roter Leuenkönig, es tut mir leid, dass du vorhin eine Ladung Feuer abbekommen hast. Können wir leider nix dran machen. Wir müssen dich jetzt ganz verbrennen, weil du hast bestimmt eine hässliche Narbe noch bei dir. Und so, wir kunden weiterhin dieses Gebiet hier, weil ich suche auch nebenbei die Fische, um diese Kartenabteile hier fertig zu machen. Hier kann ich mir gut vorstellen, dass da eine der beiden kleinen Inseln ein Fisch ist. Und ich habe mich sogar nicht getäuscht. Die Sache, die ich jetzt nur habe, ist, ich brauche neue Nahrung. Denn ich habe leider Gottes, ähm, ja, Pech mit der Nahrung. Aber, da auf der nächsten Insel, soll es Nahrung geben. Wo ist der? Ist der jetzt einfach wieder abgedüst? Okay. Warum du auch wieder abgedüst bist? Ich weiß es nicht. So, eine Karte weiter rechts, also eine Region. In der Karte soll es weitere Terry-Händler geben, sehe ich hier gerade. Das ist eigentlich gut. So, Region der Karte einzeichnen. Dankeschön, das wäre echt nett von dir. Ähm, was haben wir denn hier? Eine komische Insel wieder. Irgendwie haben wir auf jedem Kartengebiet eine Insel. Schon mal was von der Mini-Tendo-Galerie gehört, Junkchen? Um da reinzukommen, muss man erst einen Schalter irgendwo hoch oben auf Tantopia betätigen. Naja, tu dir etwas Futter auf den Kopf, dann wird das schon. Aber erschreck nicht zu sehr, wenn sie kommen, die Möwen, die du riefst. Das wäre es soweit von mir. Okay. Tut mir leid, ich habe kein Geld mehr für mehr Futter. So, was haben wir denn hier für eine Insel? Die sagt mir gerade auch nichts. Möchte ich einmal kurz gucken gehen? Ist auf jeden Fall ein Briefkasten. Wer ist es denn? Warum ist denn hier im Briefkasten? Und was soll hier sein? Da ist ein Loch. Nein, böse. Ich wollte nur rüber. Was hat es mit diesem Loch auf sich? Wo bin ich denn hier? Oh, ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Ich habe ein echt ungutes Gefühl bei der Sache. Wo bin ich hier gelandet? Warum bin ich jetzt ins Wasser gefallen? Oh, nee. Komm ich hier hoch? Nö. Äh, ja. Jetzt mal kurz überlegen. So. Was können wir denn hier erreichen, mal so gesagt? Da oben sind zehn Rubine. Also bisher sehe ich hier nur Rubine. Aber vielleicht, man kann ja nie wissen, kann man hier noch irgendwas anderes finden. So, da unsere Energieleiste ja doppelt so hoch ist. Alter, das war knapp. Und da ist sogar eine Kiste. Da ist eine dumme Kiste. Oh, das war so weit zu sehen. Nein. Bam. Oh, tut das weh. Ja, tut das weh. Wir brauchen einmal kurz den Bumerang. Wir haben irgendwas gefunden. In so einem ähnlichen Gebiet war ich schon. Weil da waren doch hier überall... Ja, stimmt. Da waren doch hier überall diese komischen... Ähm... Viecher drin. Deswegen möchte ich die auch weiterhin nicht öffnen. Dein Ernst? Ah, ich kann die gar nicht angreifen. Ich muss den Weg hier durchfinden. Okay. Stimmt, das hatten wir auch schon mal in der Form, ne? Oh, die machen Instant Kill? So. Das ist vom Platankra-Graben... Äh, Samen, aber der ist mir jetzt erstmal egal. Dort oben haben wir... Oh, okay. Was ist das hier für eine Kiste? Oh, komm! Ich dachte, jetzt hier wäre was Besseres drin als nur... Ja, das, was ich hier gerade sehe. Komm ich jetzt eigentlich hier hoch? Ja, komm ich. Gut, äh... So. Denn, ich will gerne das da hinten hinwerfen. Genau, dann rennt das nämlich ab. Das ist gut. So. Und hier haben wir jetzt einen Weg wieder nach oben. Okay. Scheiße, ich habe jetzt was Größeres erwartet, aber... Och, komm! Bin ich jetzt den ganzen... Ne, das ist nur eine Kiste, okay. Wehe, die Kiste birgt nicht was Großes. Ich warne das Spiel. Hahaha. Hahaha. Ne Schatzkarte, das geht doch vollkommen. Ja, das... Das ist vollkommen okay. Ich bin mehr zufrieden als alles andere. Na, kleiner Mann? Lange nicht mehr gesehen, werter Freund. Wie ist es dir ergangen? Was? Äh, der Tantopischen Bäume sind auch verloren. Äh, ja, ja, ich weiß. Ja, komm. Ich habe keinen Nerv, jedes Mal nach Tantopia zu gehen und... ...wieder zurück. Leidenkönig! Auf zu gehen. Es geht weiter mit der Reise. Karte öffnen. Unser Weg führt weiter nach Norden. Nicht dahin, sondern... Obwohl. Sollen wir mal kurz gucken, was wir da haben? Sieht aus wie so ein ganz großer Turm eigentlich. Aber kennen wir den nicht schon? Ist das nicht Tantopia? Wird Tantopia... Das ist doch Tantopia. Ja, das ist Tantopia. Warum habe ich das denn auf der Karte noch nicht aufgedeckt? Ich weiß es nicht. Gut. Die Reise geht weiter. Weiter nach Norden. Nach 10 Minuten. Wir haben wieder was gefunden. Und zwar eine Schatzkarte. Und? Das ist Schatzkarte Nummer... 25. Irgendwo da. 29. 30 auch noch nicht geöffnet. Okay. Ähm. Wir haben auch noch die Wahnsinnskarte. Fällt mir gerade ein. Hier? Irgendwo? Soll angeblich irgendwas mit dem Trifoss versteckt sein. Da bin ich aber mal gespannt. Wir müssen ja nebenbei nach dem Trifoss-Splittern suchen. Ähm. Ich habe leider keine Ahnung, wo ich sie finden kann. Aber wer sucht, der findet. Hier finden wir bestimmt wieder nur ein paar Rubinen, ne? Ich denke mal, der Trifoss-Splitter hat eher was wirklich da mit hinten an der Ecke zu tun. Also mit der Insel, die da ist. Ich glaube, das war vorher zu sehen. Wo war die Insel jetzt? Da war die Insel. Irgendwas, denke ich mir, hat es mit dieser Insel hier zu tun. Ja, da ist ein Fisch. Den können wir jetzt leider nicht, ähm, besprechen. Terry, wo haben wir... Okay. Ich möchte gerne, bevor ich weitermache, erstmal nach Terry. Ähm. Denn der kann mir wieder ein paar Samen verkaufen. Oh, Fischfutter. Und ich weiß, wo einer ist. Und zwar da bei, ähm... Tantopia. So. Nutzen wir es einmal kurz aus, dass wir da hingehen. Ich weiß, das dauert jetzt alles natürlich ein bisschen. Aber so viel in den Let's Play kann ich auch nicht falsch machen. Ich meine, wenn ich schon alles, wirklich alles absuche und das ist auch noch blind, ne? Dann, ja. Wüsste ich, wo die ganzen 100% sind. Dann wäre das alles wieder was anderes. Dann würde ich es ja auch machen. Und zwar so aus dem Nix. Dann wüsste ich, dass ich diese Fische, ähm, direkt füttern hätte sollen. Und so weiter und so fort. Warum gehen eigentlich die Dinger immer unter, wenn ich da durchfahre? Hä? Was wird das? Rubinenjagd! Wir haben zwar schon 500, aber okay. Das hat irgendwas an sich, ey. Es gibt sogar 5 Rubine. Nochmal 5 Rubine, die ich nicht gebrauchen kann. Nochmal 5 Rubine, die ich wieder nicht gebrauchen kann. Sag mir mal bitte, wo ihr das hier hinführt. Das war's. Das war's. So, hier irgendwo war ein Terry-Händler. Ne, warte. Das machen wir anders. So. Wir werden auch so fahren. Müssen wir den Wind jetzt nicht gerade drehen? Müssen wir den Terry-Händler finden, damit ich den auf jeden Fall... Er haut ab! Nein! Er haut... Ey, er haut jetzt ab, ne? Wer ist zu schnell für mich? Äh... So. Ey, er haut echt ab. Was bist du denn für ein Arsch? Ah, er dreht um. Du hast mich bestimmt gerade gesehen und willst mir jetzt deine Sachen angeben. Und er legt sogar Anker. Okay, dann machen wir das auch mal hier neben ihm. So. Hallo, lieber Terry-Händler. Du hast mich bestimmt schon aus deinem nicht vorhandenen Fenster gesehen. Ich hätte gern neues Fischfutter. Feen. Oh, ich hab's nicht schon erwartet. Die Piraten hatten günstig Bomben abzugeben. Eine einmalige Gelegenheit. Übrigens, ist diese bezaubernde Mädchen eine Bekanntheit von ihnen? Sie sind mir schon einer. Sie sind aus wie ein kleiner Junge, aber haben es wirklich faustdick hinter den Ohren. Ja, ja, gut. Äh. Die haben gerade Konjunktur. So. Ja, muss ich haben. Danke, sieben Punkte gesammelt. So. Putputfrucht, zehn Rubine. Die gibt es nur, ehrlich. Ich weiß aber nicht, was ich damit machen soll. Mit diesem ausgetrockneten Kürbis. So. Ich kaufe natürlich noch mehr davon. Denn wir haben jetzt gerade das Geld dabei. Und wir müssen auf jeden Fall so welche sammeln. Wegen den ganzen Fischen. Ähm. Und vielleicht kriegen wir ja, wenn wir 30 Punkte haben, wirklich was. So, danke. Jetzt haben wir zehn Punkte gesammelt. So. Wenigstens fünfmal oder so kaufen. Oder sechsmal. Oder siebenmal. Oder achtmal. Oder zehnmal. Und irgendwann. Irgendwann werden wir auf jeden Fall. Irgendwann werden wir auf jeden Fall dann mal. Ja. Kann man schon sagen. 30 Punkte zusammen kriegen. Oh je. So. 13 Pink Pech. Deswegen lassen wir es jetzt dabei. Danke für diese bezauberte Bedienung. Sag ich mal dazu. Wo ist mein Freund hin? Leuenkönig. Wo bist du hin? Er hat... Er wollte uns einen Streich spielen. Das hatte er vor. Er wollte uns verarschen. So. Wir werden die Richtung natürlich wieder ändern. Denn wir müssen natürlich ein bisschen schneller fahren kommen. So. Dahin wollen wir. Wenn wir nebenbei hier den Fisch von Tantopia finden, werde ich den auch füttern. So. Den habe ich auch irgendwo mal nicht hier gesehen. War er da hinten? Ja. Da hinten springt er rum. Gut. Dann können wir mal kurz die Items eröffnen. Ein Glück. Fährt das Schiff weiter. Während wir hier im Menü rumgammeln. So. Wo war er jetzt? Ist halbwegs vorbeigefahren. Kommt er? Oh nö. Er war zu weit weg. So. Hier. Jamjam Fisch. Ist das nicht lecker? Äh. Was bist du denn hier für einer? Hier. Friss die Scheiß. Fehlt doch mal Zeit, ey. Also ehrlich, ey. Er ist dem Dinger vorhin ausgewichen. Hey Jüngchen. Ich bin ein echt gieriger Fisch. Die drei Punkte, die du vorhin schon hattest, die lasse ich dir jetzt einfach weg. Die fresse ich gleich auf. So. So. Das ist wirklich Tantopia hier. Auf Isla Bomba, ein bisschen nördlich von hier, habe ich einen fliegenden Händler gesehen. Der hatte einen Rucksack um, der sogar noch größer war als er selbst. Was wollte er wohl bloß auf diese abgelegenen Insel dort? Tja, die Welt ist eben voll merkwürdiger Gesellen. Das wärst du weit von mir. Oh, und ich hab jetzt auf, ähm, ja, auf, ähm, Portemonnaie hab ich jetzt unser Ding gelassen, ne? Oh je. Ich bin ja sehr klug gewesen, ne? Hehehe. So. Wir wollen weiter voran. Denn unsere Reise ist noch lange nicht zu Ende. Auch wenn wir wieder nur zwei Kartenabschnitte gemacht haben. Ähm. Und das natürlich auf 25 Parts am Ende läuft. Ähm. Wollen wir doch ein bisschen vorankommen und gucken, was wir denn... Obwohl wir eher gesagt, ähm, dieses komische Item finden, mit dem wir schwere Sachen hochheben können. Wir können hier sogar ein bisschen Rubine wieder fahren. Ähm. Hey, das macht sogar Spaß, Mann. Das macht sogar Spaß ein bisschen. Ähm. Items. Hierbei aufmachen. So, ähm, die Schweinebote drauf. Da müssen wir nämlich wieder ein paar Sachen drauf tun. Denn wir haben ja keine mehr. Wir können ja immer nur drei auf einen Haufen tun. Das ist irgendwie ganz komisch. Ähm. Warum auch immer. Hat vielleicht irgendeinen technischen Sinn. Weiß es nicht. Kann sein, ne? Vielleicht hat das irgendeinen technischen Sinn, dass wir mal nur drei auf einen Haufen tun können. Schönheitshalber. Wisst ihr, was ich meine? So. Da hinten ist doch schon der nächste Fisch. Höh. Zehn Rubine. Nochmal zehn Rubine. Wie lange wollt ihr das denn weitermachen? Wie lange soll das denn weitergehen? Wie lange willst du das denn machen jetzt? Ich will aber gleich ein Herzteil haben, ne? So. Du hast dich einfach hier weggeführt. Das ist zwar nicht nett von dir, Spiel. Ähm. Wo wollte ich hin? Ich wollte nach. Ich wollte zurück. Ja, da war ja noch der Fisch, deswegen. So. Hier irgendwo war der Fisch. Da hinten war er. Komm her, Fischi, Fischi, Fischi. Und sag mir, was das für eine kleine Insel hier ist. So. Dankeschön. Kriegen wir wieder einen Kartenabschnitt frei. Hey, Jüngchen. Ja, Informationen und so. Sehe gerade auf. Schau mal her damit. Wo sind wir denn hier? Greifenhorst-Insel. Okay. Jüngchen. Schon mal was für einen goldenen Dreifuß gehört? War wohl irgendein Piraten-Captain. Jedenfalls soll seine Schatzkiste hier auf dieser Insel versteckt sein. Stellt sich nur die Frage, wo? Tja, ein Sprichwort, das ich gerade erfunden habe, sagt, weiß der Fisch nicht weiter. Nicht verzagen. Einfach mal die Möwen fragen. Ja. Das ist ein super Sprichwort. Alter Schwede. So. Irgendwas hat es mit dieser Insel auf sich auf jeden Fall. Deswegen gehe ich diesen Part hier noch auf Erkundungstour. Man macht jetzt nicht gerade alles einfacher, dass es regnet dabei. Aber okay, was soll es schon. Es ist ein bisschen Regen. Regen tötet uns nicht. So. Gut. Erste Sache. Das ist langsam eine Sache der Gewohnheit. Da oben scheint man. Plan zu können. Wozu habe ich das hier? Ich habe keinen großen Grundgedanken. Öffnen kann ich das auch nicht, aber da geht es irgendwie rein. Ich dachte vielleicht, wenn ich daran ziehe, dann öffnet sich das. Und ja, man kann da rein, ne? Oder kann ich irgendwo anders weitig hin? Kann ich irgendwo anders weitig hin? Wuhuuu. War auf jeden Fall nicht das Richtige. Mal nur so als kleine Nebeninfo, die ihr bestimmt selber wisst. So, ich denke mal. Gott, da oben sind diese ganzen Biester, ey. Da kann ich nicht hin, wenn ich hier nicht rein kann. Nun ja, wer sich nicht weiterhelfen weiß, der nimmt Bomben-Nase-Weiß. Oder so ähnlich heißt das doch. Okay, die Bomben helfen auch nicht. Dann würde ich mal sagen, einfach weiter mit der Schiffsreise. Weil es läuft ja ziemlich gut. So, mein König, ich bin wieder da. Die Insel war in Betrug. So, dann machen wir einmal wieder natürlich unsere schöne Melodie. Und machen wir die Musik nach Norden. Boah, den Wind eher gesagt. Nicht die Musik, den Wind. Denn hier habe ich so ein Gefühl, hier können wir nirgends so drauf, ne? Nö. Da gibt es wohl nur Pech. So, da hinten haben wir noch eine Insel. Die möchte ich gerne heute noch anstreben. Und dann war es das auch schon. Wir sind da ziemlich weit gekommen. Wir haben drei Kartenabschnitte wieder freigeschaltet. Beziehungsweise dann vier. Muss dazu sagen, wenn wir das so weitermachen, dann ist das echt gut. Also, ich möchte ja auch jetzt nicht die ganzen Parts hier mit Kartenabschnitten auffüllen. Äh, machen. Sondern, ähm, ja, wenigstens ein bisschen an den Fortschritt machen. Was haben wir denn da? Da ist schon wieder so ein Bombentyp. So ein Schiffstyp. Der irgendwas hier versteckt. Also eher gesagt, so ein Typ, der hier, äh, schießen will. Ja, bleib nur da. Alter, das hat mich fast verfehlt. Alter, wäre das so ein 3D-Effekt. Das wäre so cool gewesen, ne? So. Da wären fünf Robine. Die ignoriere ich jetzt mal. Weil, hat uns eh im Endeffekt nichts gebracht bisher. Und hier haben wir das großartige Muschelhaus, der Verderben ist. Dann ist das Stacheln oben rum. Oh. Konnte man die Dinger nicht irgendwie... Nee, Moment mal. Man braucht die Hammer. Man braucht den Hammer. Man braucht diesen schönen Hammer. Und da können wir Rumstibumstie machen. Und öffnet sich das? Oh, Tatsache. Das Muschelhaus des Verderbens hat sich geöffnet. Das ist ein Loch. Wo bin ich denn jetzt hier? Da ist eine Fee. Okay. Es scheint aber keine gewöhnliche zu sein. Habe ich mir schon gedacht. Hallo, liebes Feenwesen. Junge, der du die Winde erwächst. Ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, dein Abenteuer zu erleichtern. Ja, immer gerne. Her damit. Warum nicht? Eine weitere Blume. Okay. Du kannst jetzt mehr Pfeile mit dir führen. Maximal kannst du nur 60... Oh. Das kann alles so eine Fee. Boah, diese Fee muss bestimmt atemberaubend sein. Sie kann... Sie kann... Übrigens lasse ich die da. Die sind so glücklich da. Sie kann dafür sorgen, dass ich mehr Pfeile tragen kann. Das ist eigentlich... Cool. Mehr Pfeile für Maser. Im Muschelhaus des Verderbens. Äh, Monster? Oh! Um Gottes Willen! Um Gottes Willen! Wo kommst du denn her? Ey! Bombardierst du einfach meinen Loin-König? Was soll die Scheiße? Ja, bloß stehen. Ich werde dich sowas von vernichten. Was? Ich habe dich nicht mehr getroffen. So. Geschieht dir recht. Nein, das will ich gar nicht. Ich will mein Segel setzen. So, denn da ist noch ein Fisch. Den können wir mal kurz füttern. Hallo Fisch! Hier ist Essen für dich. Dass wir auch die nächste Karte aufhaben. Wir haben übrigens die Pfeile voll bekommen. Das ist auch so ein Vorteil. So, hey Jönkchen! Macht mal hier auf und so, ne? Das ist sehr gut. Sehr schön. Oh, das ist ein Herz! Sehr schön. Sag mal, hast du vielleicht ein paar Goldfelder dabei? Die Dinger sollten nämlich bei den weiblichen Ornie-Auftracht Kolia zur Zeit der allerletzte Schein sein. Aber um an so schöne Goldfelder ranzukommen, muss man erstmal deren Träger verkloppen. Und das sind leider ziemlich biestige Vogelungeheuer. Das kann ich dir sagen. Ich bin froh, dass ich kein Ornie-Mann bin. Oder das wär's auch so weit. Bla bla bla. Und tiddiddiddiddi. Ist die Tage. Im nächsten Part geht es weiter nach Norden. Nicht nur weiter die Karte erkunden, sondern nach irgendeinem Item suchen, was uns vielleicht irgendwie hilft voranzukommen. Denn im Süden der Tempel können wir nicht ohne das Gewichts-Item weiterkommen. Und ich werde jetzt auch noch so weit machen, dass wir wirklich am Norden des Tempels ankommen, indem wir einfach außen um die Karte gehen. Denn ganz im Osten soll ja irgendwo was sein, wo wir irgendwas kriegen, was vielleicht wichtig ist. So hat uns der Typ auf Präludien auf jeden Fall das erzählt. Nicht Präludien, ähm Portemonnaie. Und das glaube ich dir einfach, weil ich einfach schlechtgläubig bin. So, im nächsten Part geht es dann hier weiter. Bis dahin, das solltet ihr Dank fürs Reinschalten und Masa la Vista, Baby.